Ich freue mich jetzt, meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, einen Mann begrüßen zu können, von dem wir Ihnen schon einige Ausschnitte gezeigt hatten in den letzten Jahren, der aber immer wieder verhindert war, weil er nicht konnte oder keine Zeit hat oder nicht wollte oder wir wollten nicht oder so. Ja, es gab verschiedene Gründe, aber ich bin froh, dass er heute hier ist, als ich gehört habe, dass er kommt, meine Damen und Herren, ja, habe ich echt Augen gemacht. Ja, und jetzt ist er hier, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Michael Tschurnau! Ja, herzlich willkommen, freut mich, dass wir uns mal sehen. Ja, mich auch. Ich hatte schon ein schönes Erlebnis, draußen an der Schanzenstraße ging so eine Frau mit ihrem Kind. Hier draußen vor der Tür, ja. Ja, und das Kind guckt mich an und sagt, Mama, guck mal, der Bulle von Tölz. Ein bisschen Ähnlichkeit ist ja da, aber ich habe mich schwarz schlank gemacht heute. Ja, das ist aber auch ein bisschen volksmusikalisch hier. Das ist ja schon fast, ist das schon Junker? Nein, noch nicht, oder? Nee, nicht ganz, aber er hat so Hirschhornknöpfe. Er hat so Hirschhornknöpfe hier, ja, ja, ja. Weil Sie moderieren ja auch Volksmusiksendungen, nicht nur Bingo. Bingo, lass uns kurz über Bingo sprechen. Ja. Bingo ist eine sehr erfolgreiche Lotterieshow beim NDR. Ja, und zwar... Jeden Sonntag, 17 Uhr. Genau. Eine Umweltlotterieshow. Was heißt das? Na ja, jede Lotterie hat ja so einen Zweckertrag, für den sie spielt, dass Aktion Sorgenkind gibt es zum Beispiel. Und wir spielen für die Umwelt und haben über 40 Millionen Euro schon gesammelt für Umweltprojekte, die da so im Norden gefördert werden. Schulhofumgestaltung, Renaturierung von Wiesen, Anlage von Streuobstwiesen, Elbtalauen, also eine Umweltschutzmaßnahme. Ja, und Volksmusik moderieren Sie auch? Was für Sendungen sind das? Im Hörfunk hauptsächlich, bei NDR 1 Niedersachsen. Das ist ein Sender, ja, Volksmusik auch, aber hauptsächlich an die Schlager und Oldies, so von Elvis bis Flippers. Flippers? Ja, ganz groß. Ja, ja, wir haben, wir berichten gerne und oft über die Flippers. Ja. Sie sind auch Fachmann. Sie können alle Lieder, wir könnten jetzt, wenn, also Sie könnten die Texte dann auch mitsingen. Sind Sie jemand, der auch die Texte alle behält und so? Ja, alle nicht, aber so die, die Hits von den Flippers hätte ich schon drauf. Ein Herz von Schokolade, ein Herz aus Schokolade oder so etwas. Ein Herz aus Schokolade, wie geht das denn? Ähm. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Dann macht es beng, 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 bumme, bum, beng, beng. Moment, Moment. Ein Herz aus Schokolade. Ach so, das hört sich am Anfang aber anders an, dann macht es beng, 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 bum, 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 beng, beng. Ja, 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 die Schlager ist manchmal moderner als man denkt. Sind Sie sicher, dass es von den Flippers ist und nicht von den Fickers? Nein, das ist von den Flippers. Ja, beng, beng, beng. Und das sind, machen Sie auch jede Woche oder welchen Tonnuss sind diese Sendungen? Ja, also eigentlich immer eine Woche lang und dann von Montags bis Freitags immer von 8 bis 12 im Norden, also bei NDR 1 Niedersachsen. Wie kommt man denn als Nordlicht auf Volksmusik? Also ich meine, natürlich gibt es auch im Norden Volksmusik, aber das ist ja jetzt auch keine nordische Kluft hier. Na ja, also der Sender spielt halt, wie gesagt, nicht nur Volksmusik, hauptsächlich eigentlich Schlager und Oldies und da habe ich mich halt mit beschäftigt. Und es gibt auf dieser Welt, finde ich, genauso viel schlechte Popmusik wie schlechte Volksmusik. Schlechte Volksmusik? Was ist denn schlechte Volksmusik? Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, es gibt schon ganz viele, ganz viele schlechte, schlecht gemachte, also gut gemacht und... Kann man ein paar nennen? Oder ist das... Nein, würde ich ungern, würde ich ungern machen. Ach, bitte! Nein, würde ich, nein, mache ich nicht. Ach, bitte! Nein, ehrlich nicht. Ach, bitte einmal einen schlechten Volksmusikanten nennen, damit wir hier nicht immer... Ich kenne die ja nicht, weil ich sie nicht spiele. Im Radio spielen wir ja nur die erfolgreichen, die Flippers zum Beispiel. Lachen ja viele drüber, aber die... Nein, das sind gute oder was? Ja, das sind gute, zumindest erfolgreiche. Ja, die waren ja auch schon mal hier, die Flippers. Ich weiß, habe ich gesehen. Ja, wir haben Highway to Hell gesungen. Ja, habe ich auch gesehen. In der Flippers-Version. Ich habe auch die Wildecker Herzbuben gesehen bei euch, mit denen war ich auf Tournee und... Singen Sie auch selber? Ich habe ein Lied mal gemacht mit Jan Willem. Kennen Sie den? Jan Willem? Ja, das ist der Bauer aus Ostfriesland. Der hat so Holzklocks an und raucht immer eine Zigarre. Ach doch, habe ich mal gesehen, so eine Glatze? Ja, er hat meistens einen Hut auf, aber ohne Hut hat er eine Glatze. So ein bisschen frilliger, aber auch genau mit den Holzschuhen. Ja, klar, klar, klar. Ein bisschen, ja. Ja, aber natürlich kenne ich den. Und mit dem habe ich ein Lied gemacht und das heißt, wir sind dicker, wir sind schicker, wir sind klasse. Oh, wie geht das ungefähr? Kann man das... Moment, das sind aber bestimmt drei Akkorde, oder? Das kriegen wir doch schnell hin. Zwei Akkorde maximal. Das sind nur zwei Akkorde maximal. Zwei Akkorde maximal, ja. Wie geht es los? Singen Sie mal kurz vor, ich versuche mich da reinzunehmen. Ich kann ja eigentlich gar nicht so richtig singen. Ja, aber ein bisschen. Ja, also das heißt, wir sind dicker, wir sind schicker, wir sind klasse. Stopp, jetzt habe ich einen. Wir sind schicker, wir sind dicker, wir sind klasse. Hat man uns im Arm, hat man ne ganze Masse. Und so weiter. Danke. Ist es so ungefähr? So ungefähr, ja. Lalalala. Ich krieg den Text aber nicht mehr zusammen, weil ich mach so viel Radio und Fernsehen und das, was ich nicht mehr brauche, kommt auf den Müll. Auf den gedanklichen Müll. Sehr schön, ja. Und dann? Genau. Richtig. Das ist von Ihnen. Ich dachte, das wäre von Jan Willem. Ja, genau. Das haben wir mal gemacht. Hat sich die Platte verkauft? Ja, bei einer Tournee haben wir das gesungen. Ich mache ja einmal im Jahr eine große Schlange. Nee, ob nicht die Platte verkauft? Ja, klar, sag ich. Die hat sich verkauft, bei dieser Tournee natürlich. Und die hat schon so ein paar Tausend weg. Ist ja was heute, ne? Ja, natürlich ist das was. Wollen Sie da weitermachen? Singend auf keinen Fall, nein. Warum denn? Weil ich es nicht kann und weil so ein Gag einmal. Ich habe auch mit Bingo so viel zu tun. Die Lotterie läuft jetzt ja im fünften Jahr. Ja. Und jeden Sonntag ohne Sommerpause. Und da haben wir noch viel, viel vor. Also jeden Sonntag Bingo. Jeden Sonntag Bingo. Jeden Sonntag Bingo. Dann im Radio für die Radiofreunde der Volksmusik. Genau. Wann immer? Ja, alle 14 Tage, immer eine Woche. Alle 14 Tage. Immer von 8 bis 12. Und dazu machen wir viele andere Sachen ja auch noch. Also ich habe genug zu tun. Und darum, also singen einmal und geht's weg damit. Ja, dann freue ich mich. Dann wünsche ich viel Erfolg. Und würde mich freuen, wenn Sie uns hin und wieder auch mal grüßen würden, wieder aus der Bingo-Sendung raus. Ja, ich meine, legendär war ja die Dame, die in Ohnmacht gefallen ist. Und wir sind halt eine Live-Sendung. Und da passiert das. Bei uns wird nichts vorher aufgenommen. Alles live. Und da freuen wir uns. Sonntag um 17 Uhr. Mal reingucken. Wir haben viele Fans auch hier. Mit Michael Thürnau. Vielen Dank. Danke.